Weihnachten Weihnachten und zwar die Geburt von Jesus. Die Geburt des Weihnachtsmanns. Die Geburt des Weihnachtsmanns. Die Geburt des Weihnachtsmanns. Nein, sorry, Jesus' Geburt des Weihnachtsmanns. Wahrscheinlich. In meiner Meinung ist es mehr über die Winter Solstice, aber es ist die Tradition der Geburt des Weihnachtsmanns. Die Geburt des Weihnachtsmanns. Ja, da feiern wir Christen doch. Geburt Christi, nicht? So, ja. Ist das richtig? Habe ich das so in Erinnerung? Okay. Die Geburt von Jesus. Die Geburt, ähm, Jesu. Musik Die Geburt.